Herzlich willkommen im Gesundheitskanal Ihrer Apotheke. Sie haben ein Schüsselsalz mit der Bezeichnung 12 und dem Inhaltsstoff Calcium Sulfuricum in Ihrer Hand. Wir informieren Sie jetzt, wozu es eingenommen wird. Calcium Sulfuricum wird immer dann empfohlen, wenn sich im Körper chronische Entzündungen festgesetzt haben. Also chronische Schnupfen, chronische Bronchitis, chronische Eiterungen. Auch bei chronischen Gelenkserkrankungen schafft das 12er-Salz für Erleichterung. Wie jedes Schüsselsalz kann es gut als Ergänzung zu Ihren schulmedizinischen Medikamenten eingenommen werden. Sie wollen mehr zur Therapie nach Dr. Schüßler wissen? Kommen Sie doch einfach zu uns in der Apotheke. In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne. Außerdem halten wir eine Auswahl an Büchern zur Selbstmedikation für Sie bereit. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, besuchen Sie unseren Videokanal. Dort erhalten Sie kurz und kompakt weitere Informationen.